Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf dem Kanal von ZYG in Bayern. Zu diesem kleinen Informationsvideo. Zum einen wird es darum gehen, wie der Kanal in Zukunft in diesem Jahr weitergeführt wird. Ihr wisst ja, es gibt die zwei neuen Formate, die Ende des Monats kommen. Die eine ist die Reiseberichte von Bamberg, immer die Reiseberichte von Bamberg Richtung meine Heimat. Und das zweite ist die Format Arbeitsmonat, das gibt es ja auch. Wie die funktionieren, werde ich euch erklären. Des Weiteren habe ich geplant, ein drittes Format einzurichten. Das ist noch nicht sicher, aber ich habe es auf jeden Fall geplant. Und zwar nennt sich dieses Format Deutschland-Videos. In dem Format Deutschland-Videos versuche ich in die größeren Bahnhofe Tagesausflüge von Bamberg aus zu machen. Genau, das werde ich euch im Nachgang erklären. Die Züge in Bayern on Tour und die Bahnhofs-Videos bleiben ja. Die Deutschland-Videos werden in den Formaten integriert. Das ist eben nur das neue Format. Und ich habe gemerkt, ihr seht die landwirtschaftlichen Videos nicht so gerne. Die wird es dann seltener geben. Ich werde versuchen, auch aus meiner Heimat noch ein paar Videos immer zu drehen. Aber klar, der Hauptfokus wird natürlich auf Bamberg und auf Franken liegen. Nun erkläre ich euch erstmal die neuen Formate und wie es so mit den Videos weitergeht. Und anschließend werden wir das Ganze dann noch was zur Corona-Situation sagen. Nun erstmal die Informationen zu den Formaten. So, zuerst erzähle ich euch kurz was über das Format Arbeitsmonat. Das erste Format wird das Arbeitsmonat sein. Das wird vermutlich in meinem letzten Mittwoch des Jahres online gehen. Und in dem Format geht es um folgendes. Und zwar werde ich dort immer mal wieder vor meinen Diensten bzw. nach meinen Diensten und eventuell auch in der Pause Bahnverkehr aufnehmen, den ich euch dann gesammelt in einem Video präsentieren werde. Ich denke mal, das wird relativ häufig aus Bamberg sein, aber vielleicht auch mal aus anderen Bahnhöfen. Und ich denke, das Format wird euch gefallen. Ich habe das, glaube ich, ganz gut durchdacht. Wie gesagt, das kommt immer am letzten Mittwoch im Monat online. Und ich hoffe mal, das wird das Format gefallen. So, das zweite Format ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Also das wird so sein, dass ich dort jeweils von meinen Reisenberichten am Anfangsbahnhof entweder in der Heimat oder in Bamberg dann von der Reise mit umsteigen Punkten, ob es da was zu filmen gibt, wie in Nürnberg oder in München zum Beispiel, oder auch mal in Augsburg. Dort wird es so Aufnahmen geben. Ich denke, es wird auch ein ganz cooles Format geben. Und ja, das ist das zweite Format. Dieses Format geht online immer am letzten Sonntag im Monat. Und genau, das Video geht immer online am letzten Sonntag des Monats und zeigt dann den Bahnverkehr auf meinen Heimatreisen. So, und das dritte und letzte Video ist das Video, was ich ja vorher schon als vielleicht angekündigt habe, aber relativ sicher. Das ist das Format Deutschland-Videos. Es ist so, dass ich vielleicht ab und zu mal nur einen einzigen Tag frei habe und nicht nach Hause fahre. Und dort habe ich geplant, in die verschiedenen Großstadt-Bahnhöfe, sage ich jetzt mal, zu fahren und auch ein bisschen drumherum. Vielleicht auch ein bisschen Side-Seating zu machen. Das wird dann die Deutschland-Videos sein. Es wird einmal im Monat online gehen. Ich schätze mal, nicht vor Mai oder Juni, je nachdem, wie es die Corona-Pandemie zulässt. Aber ab Mai, Juni, schätze ich mal, wird das Video immer einmal im Monat online gehen. Entweder in Form eines Züge in Bayern und Tours oder in Form eines Bahnhofs-Videos. Das hängt davon ab, ob ich zu einem oder mehreren Bahnhöfen fahre. Wie gesagt, ist es noch nicht ganz sicher, aber ich vermute mal oder ich hoffe mal und ich glaube mal, dass ich das hinbekomme, dass es dann einmal im Monat ab Mai oder Juni online gehen wird. Das ist das größte Projektformat, sage ich mal. Und ich denke, daran werden wir uns alle erfreuen können. So, nun kommen wir zu den Corona-Informationen. Das ist eine positive Nachricht für euch, denn ich habe jetzt soweit Videos vorproduziert, dass ich bis zum Ende der Februar erst mal komplettes Programm mit Mittwoch, Sonntag aufrechterhalten kann. Und ich würde mich dann wieder melden am Ende des Februar, wie es dann weitergeht, wie es mit den Impfungen entsteht. In dem Fall dann auch mit den Lockerungen und so weiter, was man dann da machen kann. Und ob es dann auch so weitergeht mit Mittwoch, Sonntag oder ob wir das Programm dann einschränken müssen. Aber wie gesagt, bis Ende Februar erst mal ganz normales Programm mit Mittwoch, Sonntag. Jetzt am Sonntag seht ihr dann das nächste Video, das habe ich schon im Dezember noch gedreht. Anfang Dezember, das ist aus Dachau. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Informationsvideo gefallen. Ihr könnt gerne Lobkritik, Anregungen dazu in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag, natürlich am Sonntag, zum nächsten Video wieder, dem Dachauer Bahnhofsvideo hier auf dem Kanal von Zürich in Bayern. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Sonntagmittag wieder. Bis dann, euer Robin. Bis dann, euer Robin.